Das ist einfach wieder so eine kritische Situation gewesen. Das kann man einfach... Wir können gerade jetzt mit diesem Display, kann man gerade sehen, wo die Elite gezogen wurde und von unserer Mannschaft ebenfalls von uns bekommen. Und letztendlich vergessen sie nicht, dass wir schließlich zweitig jetzt vor Berlin... Das ist Eric Antona, interrupting our transmissions, broadcasting live from the heart of Germany. Mes amis, footballers, for too long, we let liars and cheaters make a fool of a game. Look at this. Es ist ein PENALTI, es ist ein PENALTI, es war direkt auf den Ronaldo. Enough. Das ist ein PENALTI, es war Аbeltus. Das war TEScoholisch auf denHO bullshit. Das war TES 편, wenn ich auf die F shots im Chad. Das war TAMALTI, bis es wieder so zeitlich. Es ist ein PENALTI, das war G辰 gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020